Ja, liebe motorsportmagazin.com, Freude, MotoGP is back, preiset den Herren oder Allah oder Budan, wen auch immer ihr glaubt, nach der langen Pause, endlich geht's wieder los. An die heiligen Vierzylinder. An die heiligen Vierzylinder. Michael und ich freuen uns, glaube ich, auf die Saison. Jetzt wollen wir euch ein bisschen ein Update geben, wie es ausschaut in der MotoGP. Was gibt's Neues, wie sieht das Kräfteverhältnis aus, wie sieht es am Transfermarkt aus, was machen die Deutschen, die Österreicher, die Schweizer und so weiter. Also in der nächsten, wie lange gehen wir uns, halbe Stunde, sage ich mal. Einige Stunden, glaube ich schon. Schauen wir mal an dem Ende, wie lange es wirklich ist. Lieber mal alle wichtigen Fakten, damit ihr auch bestens eingestimmt sind für den Saisonstart und damit ihr auch am Stammtisch richtig auftricksen könnt mit den wichtigsten Fakten. Fangen wir vielleicht an, vor, wie lange ist es jetzt aus? Fünf Monate ungefähr, waren die letzten Testfahrten. Da sind wir davon ausgegangen, dass so in zwei Wochen die Saison losgeht und wir haben dann WM-Tipps abgegeben. Und du hast damals gesagt, Marc Marquez ist dein Favorit. Habe ich weit hinausgegangen. Ich war eine extrem mutige Entscheidung von dir, muss ich sagen. Also ich bewundere deinen Mut in dieser Situation. Ich habe gesagt, Mary Quignales. Fangen wir doch mal an, hat sich an deiner Einstellung bezüglich dem WM-Favoriten was geändert in dieser Zeit? Nein, ganz im Gegenteil. Dann darf ich nicht vergessen, Marc Marquez wäre ja nicht ganz fit in die Saison gestartet. Der hatte ja während der Testfahrten eigentlich noch immer körperliche Probleme. Jetzt sieht es aber anders aus. Marquez ist mit Sicherheit ganz fit, weil der hatte jede Menge Zeit, sich wieder körperlich fit zu machen. Allerdings der mehrfache Vize-Weltmeister der letzten Jahre, Andrea Dovizioso. Schlüsselbeinbruch beim Motocross-Training. Ende Juni hat zwar noch ein paar Wochen Zeit bis zum Saisonstart, Schlüsselbeinbruch ist jetzt nicht die schlimmste Verletzung. Also es ist eigentlich eine Standardverletzung. Wir erinnern uns da an Piloten, die zwei Tage nach einem Schlüsselbeinbruch noch Rennen gefahren sind. Also der wird auf jeden Fall nicht erst am Start stehen. Aber natürlich hat das diese Intensivvorbereitung der letzten paar Wochen auf den Saisonstart definitiv in Mitleidenschaft gezogen. Das ist klar. Also dieses Level, dass jetzt vielleicht Dovizioso Marquez so zum ursprünglichen Saisonstart gewesen wäre, ist jetzt wahrscheinlich genau unter anderem Vorzeichen. Und damit hat sich, was diesen WM-Titelanwärter Nummer 1 betrifft, für mich nichts geändert. Für dich? Bleibst du bei Vinales oder ruderst du da zurück? Nein, ich bleibe bei Vinales, weil ich bin ja mutig im Gegensatz zu dir. Aber um zurückzukommen auf die Situation... Ich wette, um zu gewinnen. Um zu gewinnen. Für einen Kasten Bier macht dieser Mann fast alles. Aber um zurückzukommen auf die Situation Marquez Dovizioso, ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, ist ja immer so eine Frage auch, wie startet man die Saison jetzt? Nicht unbedingt von den Punkten her, aber quasi, was nimmt man daraus mit? Wie geht man daraus hervor? Gestärkt, geschwächt. Und für Andrea Dovizioso hat die Saison im Normalfall immer in Katar sehr gut begonnen. Die letzten Jahre eigentlich immer mit einem Sieg. Jetzt kommt Charest, eine Strecke, die er überhaupt nicht mag. Also ich glaube, vielleicht für ihn sogar die schlechteste Strecke im Grand Prix-Kalender, die auch der Ducati nicht zu 100% liegt. Und dann ist noch die Verletzung. Und das dann gleich zweimal innerhalb von zwei Wochenenden, also back to back. Also eine schlimmere Saisonstart kann für Andrea Dovizioso jetzt eigentlich kaum passieren. Marc Marquez, wie es meist traditionell stark in Charest, wie gesagt, heißt er ist jetzt gut ausgeruht. Und also, ja, es wird schwierig für Andrea Dovizioso da jetzt mal einen Stich zu setzen gegen Marc Marquez. Und ja, realistisch betrachtet muss ich auch sagen, natürlich ist Marc Marquez jetzt der große Favorit. Der ist topfit jetzt. Aber ich denke schon, dass gerade auch Yamaha eine Rolle spielen kann mit Vinales und Quartararo, denke ich. Die waren in den Mittertests super stark. Daran hat sich jetzt nichts geändert. Das ist wenig passiert die letzten Monate. Ich hatte ja vor, wann war denn das, Anfang Mai, hatte ich die Möglichkeit, ein Videointerview mit Mary Kunialis zu führen. Knappe halbe Stunde, könnt ihr euch anschauen am YouTube-Kanal. War sehr interessant und was mir aufgefallen ist, Mary Kunialis hat viel relaxter gewirkt, als es in den vergangenen Jahren, eigentlich kann man sagen, oft der Fall war. In seiner Yamaha-Zeit, er war immer so ein bisschen Himmelhoch, Jauchzen zu Tode betrübt. Aber das war einfach so ein ehrliches, lockeres Gespräch, wo ich wirklich das Gefühl hatte, okay, dieser Mann ist wirklich mental auch so gereift, dass er, glaube ich, wirklich konstant gute Resultate, richtig gute Resultate abliefern kann. Wie siehst du Mary Kunialis in dieser Saison? Ja, also ich habe damals ja, als wir da gewidmet haben, glaube ich auch gesagt, ich glaube nicht mal, dass Vinales bei Yamaha die Nummer 1 sein wird, weil Katararo die Nummer 1 sein wird. Da muss ich mittlerweile ein bisschen, glaube ich, zurückrudern, weil diese Vorzeichen der Saison jetzt einfach komplett andere sind. Es ist jetzt nicht mehr dieser gemütliche Rhythmus, ja, alle zwei Wochen ein Rennen, dann vielleicht mal ein Doubleheader, sondern das sind jetzt knallharte Tripleheader. Jetzt gibt es innerhalb von 18 Rennwochen fahren die Burschen 13 Mal. In den vergangenen Jahren gab es nie mehr als 10 Rennen über einen Zeitraum von 18 Wochenenden. Deswegen, man darf sich jetzt nicht verletzen, es darf nichts passieren. Wenn du dich jetzt in Charest beim ersten Saisonrennen verletzt, dann bist du gleich mal für die ersten zwei Rennen weg. Wenn du dich am Anfang eines Tripleheaders, weil das wird zum Beispiel Brünn und dann zweimal Spielberg back to back to back gefahren. Wenn da irgendwas ist, wo du zwei Wochen flach liegst, aus, over and out, drei von zehn Rennen mit einer Null zu beenden, dann hast du sicherlich keine Chance mehr auf eine WM. Und ich glaube, da ist jetzt Routine in dieser Saison einfach noch wichtiger. Man muss genau wissen, wo das Limit ist und wie weit man dran, man darf jetzt noch weniger als sonst darüber über dieses Limit hinausgehen. Da sehe ich vielleicht auch ein bisschen die Chance für die Gegner von Marquez. Denn die Honda ist schon ein relativ zickiges Biest gewesen bei den Testfahrten. Und die ist ja schon so homologiert. Vielleicht haben sie zwischen Katar-Test und dem Homologationsprozess für Katar noch ein bisschen was gefunden. Aber grundsätzlich ist das schon ein relativ zickiges Biest. Und da könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht Marquez ein bisschen über das Ziel hinausschießen könnte, wenn er tatsächlich von Beginn an Druck bekommt. Und vor allem Druck von eigentlich geht es darum, dass es ein Herausforderer, das sich herauskristallisiert. Das Problem der letzten Jahre war oftmals, dass in einzelnen Rennen mal, da ist der Kollege mal mit dabei, da ist der andere Kollege mal mit dabei. Aber dass es wirklich einer konstant ums Podest fährt, das war Dovizioso manchmal. Aber auch da waren siebte, sechste Plätze dabei, während Marquez einfach immer um das Podest kämpft. Und das spricht natürlich, spreche ich natürlich wieder für ihn. Denn von den 13 Rennen muss man jetzt nicht 10 gewinnen, um Weltmeister zu werden. Du hast das Wort Routine angesprochen. Fällt da ein bestimmter Name dazu ein? Es gibt da eine gelbe 46. Nein, also Rossis Chancen, glaube ich, sehe ich schon besser. Weil erstens einmal, er weiß, dass er bei Yamaha raus ist. Also zumindest aus dem Werksteam raus ist. Seinen Platz übernimmt nächstes Jahr Fabio Guattararo, das steht schon lange fest. Das heißt, er weiß ganz genau, okay, das ist jetzt mein letzter Shot. Hinzu kommt, dass diese ganzen Ablenkungen, die es sonst im Paydog gibt, diesmal nicht da sind. Das Paydog ist leer, da kommt niemand rein. Es geht nur um Rennsport. Es gibt keine Marketingmitarbeiter, die dich nerven, dass du dort zu dem Sponsoren-Termin musst, dort zu dem Sponsoren-Termin musst. Es gibt keine VIP-Gäste, denen du 15 Mal am Tag die Hände schütteln musst. Es gibt keine nervigen Journalisten. Hände schütteln sowieso nicht. Hände schütteln haben wir sowieso nicht mehr. Es gibt keine nervigen Journalisten, die dir da irgendwelche Fragen stellen. Das heißt, man kann sich wirklich auf den Rennen... Also es ist eigentlich reiner Rennsport. Von dem her finde ich das schon sehr interessant. In diesem Jahr... Und ich glaube, diese ganzen Ablenkungen haben Rossi ja weit mehr betroffen als die meisten anderen Fahrer. Weil er ist der populärste Fahrer. Er hat die meisten Fans. Er schreibt auch immer die Autogramme. Also es ist ja nicht so, dass wenn diese Traube da hinten steht, er irgendwie gleich durchzieht. Sondern der schreibt auch da 10, 15 Minuten seine Autogramme. Und all das fällt weg. Und ich glaube, das ist schon auch für ihn ein Vorteil. Was auch wegfällt, sind ja diese weiten Reisen. Weil er hat ja gerade bei diesem Tripleheader in Feinost in den letzten Jahren mehrfach gesagt, nein, ich vertrage das einfach nicht mehr so gut wie mit Ende 20. Man hat es ihm auch angesehen. Hat es ihm auch klar angesehen. Klar, da irgendwie zwölf Stunden Flug von Italien nach Sepang oder noch mehr nach Philipp Island irgendwie runter. Ist natürlich schwierig. Und deswegen würde ich Rossi mehr zutrauen als im letzten Jahr. Ich sehe ihn aber nicht so stark, dass er um den WM-Titel tatsächlich fahren kann. Aber you never know. You never know ist gut. Weil faktisch natürlich auch, umso kürzer die Saison ist, umso größer ist die Chance auf einen, sagen wir mal, Zufallsweltmeister. Also, das ist jetzt natürlich ein bisschen despektierlich, einen neunweiligen Weltmeister. Wir waren nicht in der Rossi als Zufallsweltmeister zu bezeichnen. Aber jetzt die Chance, quasi einen Fahrrad ganz oben zu sehen, den man vielleicht nicht unbedingt dort gesehen hätte vor Saisonbeginn. Wir haben jetzt gesagt, Marc Marquez, Andrea Dovizioso, Mary Gugniales, vielleicht Fabio Cortaro. Das sind mal so die großen Favoriten, kann man sagen. Marc Marquez natürlich eine Stufe über allen. Und dann gibt es natürlich ein paar Fahrrad, wo man sagt, okay, die könnten vielleicht, wenn die Saison ein bisschen kurios läuft, wenn es eine andere Verletzung gibt, einen technischen Effekt, was auch immer, es kann immer viel passieren. Coronavirus-Fall, muss ich mir auch dazu sagen. Dr. Scharte, der Chefmediziner der Motorshipie, hat ja ganz klar gesagt in dem Video, wegen zwei oder drei Fällen werden sie die Saison nicht abbrechen. So, jetzt muss man nehmen, dieser eine Fall passiert bei einem Fahrer, der zufällig um den Titel fährt. Wenn man positiv getestet wird, heißt das, man wird sofort aus dem Fahrerlager abgezogen. Alle Umfälle werden auch getestet, um da auszuschließen, dass irgendwelche Infektionsketten kommen. Und dann ist ganz klar, dass man in eine 14-tägige Quarantäne muss. Das kann sein, dass es in dem Hotel dort vor Ort ist. Das kann sein, dass es in dem Krankenhaus dort vor Ort ist. Je nachdem, ob man wirklich schwer davon betroffen wird. Und jetzt stelle ich vor, dieser Test passiert an einem Sonntagvormittag, wenn man zum Rennen anreist. Dann versäumst du das erste Rennen. Dann hast du vielleicht in den kommenden, darauffolgenden zwei Wochen auch Rennen. Kommst unmöglich hin, versäumst du drei Rennen von den 13, weil du positiv getestet wurdest. Auch das kann, und das ist ja purer Zufall dann eigentlich, auch das könnte die WM unter Umständen mitentscheiden. Und dann kann man vielleicht auch einen Zufall als Weltmeister sehen. Also es gibt ja genug andere Fahrer, die da regelmäßig vorne mitmischen. Dann, Alex Rins zum Beispiel oder wer auch immer, wo man sagt, der wird jetzt vielleicht normalerweise nicht um den Titel fahren. Jack Miller würde ich jetzt auch nicht ausschließen. Der hat ja seine Beförderung ins Zucati-Werksteam auch schon. Ich denke mal, da wird mehr Factory-Material von, das eigentlich Petrucci im Werksteam bekommen, hätte da irgendwie runterwandern, weil Petrucci ist ja auch schon kriegs weg. Vielleicht, wenn der einfach das Gehirn ausschaltet, flat out dort macht, über nur 13 Rennen, wo man jetzt nicht die Konstanz so vielleicht benötigt, ja auch mal schauen. Nur 13 Rennen, das ist natürlich auch der Fakt, umso weniger Rennen das sind, umso größer ist die Chance auf ein Grandes Finale. Das ist auch was, wo wir uns darauf freuen können. Also die Kalender sind in den letzten Jahren immer gewachsen. 20 Rennen hätten wir eigentlich gehabt in dieser Saison. So eine kurze Saison, da stellen unsere Chancen ganz gut, dass wir eine große Show dann sehen. Das ist auch immer schön für uns alle. Vielleicht sind wir sogar... Nicht Marc Marquez schon 4, 5 Rennen vor Ende. Das wird jetzt auch eher nicht passieren, würde ich mal sagen. Vielleicht sind wir sogar ein großes Finale mit drei Fahrern, die nach dem Titel kämpfen können. Also da gibt es einiges, worauf wir uns noch freuen können im Laufe dieser Saison. Und das nicht nur auf der Strecke, würde ich sagen, sondern auch auf dem Transfermarkt. Da sah es mal eine Weile jetzt ganz ruhig aus in der Corona-Zeit und jetzt hat das Ganze einfach so richtig Fahrt aufgenommen. Vor allem in Bologna, in Borgo Panigale, da stehen ein paar ganz interessante Entwicklungen. Wir haben es vorher angesprochen, Jack Miller hat seinen Platz im Werksteam fix für 2021, Danilo Petrucci geht zur KTM. Aber da gibt es ja noch einen zweiten Platz im Werksteam. Da war man eigentlich lange Zeit davon ausgegangen, dass sich den Andrea Dovizioso wieder schnappt. Aber jetzt könnte es ganz anders aussehen, weil die Verhandlungen stehen mittlerweile komplett still eigentlich. Und jetzt hört man da Sachen von Auszeitjahr. Der Name Joche Lorenzo taucht immer wieder mal auf. Wen sehen wir 2021 auf der zweiten Wextecke? Ich möchte zuerst noch auf Dovizioso eingehen. Also ich habe schon im vergangenen Jahr am Sachsenring, wo Dovizioso ja wirklich sauer war, der ist ja normalerweise relativ political correct, sagen wir es mal so, und da hat er wirklich eine Wutrede abgebrannt, dass sich bei Ducati einfach nichts tut. Dass er meinte, ja, wir reden seit Jahren drüber, dass das Turning von diesem Bike einfach nicht funktioniert. Und es tut sich nichts. Da kann Gigi Dallina noch so viele Flügel draufpacken und sonst irgendwas. Das wahre Problem verbessert sich dadurch nicht. Und da habe ich mir zum ersten Mal gedacht, okay, der Mann ist 2020 34 Jahre alt. Er hat jetzt in den letzten Jahren gesehen, dass es einfach zu wenig ist, um an diesem Magma Caste, der auch in den nächsten 5, 6, 7 Jahren noch da sind, vorbeizukommen. Er hat jetzt mit seinem aktuellen Vertrag ziemlich gut abgecashed. Das war so der wichtigste Vertrag seines Lebens, habe ich mal geschrieben. Aufgrund der wirtschaftlichen Gegebenheiten ist klar, dass jetzt diese Summen für Verträge, die aktuell noch nicht unterschrieben sind, wahrscheinlich geringer ausfallen werden. Und da habe ich mir schon im vergangenen Jahr eben gedacht, eventuell könnte das Tobiziosus letztes Jahr schon werden, wenn er irgendwie sieht, ja, es geht auch über den Winter nichts weiter. Und vielleicht hat er das ja bei den Tests gesehen, dass die Maschine wieder nicht rumgeht. Und pokert da jetzt entweder hoch oder blöfft noch ein bisschen, schaut sich vielleicht zwei, drei, drei an und sagt dann, liebe Leute, Arrivederci, das war's. Aber was macht Andrea De Vizioso dann? Karriereende? Auszeit halte ich für ausgeschlossen, weil wenn du im Alter von 34 Jahren dich ein Jahr abmeldest... Also ich halte die Auszeit nicht für ausgeschlossen, aber ein Comeback nach der Auszeit hat ich für ausgeschlossen. Eine Auszeit nach 40 Jahre. Es ist so wie bei, ich glaube, Nigel Menzel, der ist bis heute nicht zurückgedreht, dass er immer nur eine Auszeit ging. Ja, also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass dann mit 35 noch irgendjemand den dann holt, denn dann sind die ja ein ganz schon einfach drüber. Wer die zweite Ducati bekommt, das ist natürlich eine sehr, sehr spannende Frage. Also Lorenzo würde ich persönlich cool finden, denn gegen Ende hat dieses Konstrukt aus Ducati und Jorge Lorenzo ja super verpasst. Das Problem war nur, dass nach diesem Mugello-Sieg, als die Ducati dran zu ihm hinkamen und gesagt haben, ja, passt, jetzt können wir über einen neuen Vertrag reden. Er gesagt hat, du, Leute, ich habe schon bei Honda unterschrieben. Talk to the hands. Genau. Wobei es natürlich eine sehr schlechte Optik jetzt für Lorenzo abgeben würde. Er hat von Honda zurückgetreten, weil er gesagt hat, ja, ich bin müde, ich will das alles nicht mehr so. Dann gab es ja schon, als er bei Yamaha unterschrieben hat, obwohl er ja in diesem Jahr ursprünglich noch bei Honda gewesen wäre, Vertrag vorzeitig aufgelöst hat. Dann als Yamaha hat das gesagt, ja, er würde gerne Wildcats machen und wenn er dann jetzt tatsächlich 2021 dieses Comeback als Fulltime-Rider bei Ducati ansteigt, das ist schon eine relativ, vor allem im Hinblick auf diesen Rücktritt, eine relativ schiefe Optik, muss man ganz offen so sagen. Ansonsten haben ja schon einige Leute natürlich auch ihre Avancen angemeldet auf diese zweite Ducati, allen voran natürlich Francesco Bagnaglia, Millers Teamkollege, der ja mit Miller gemeinsam gerne aufsteigen würde. Da muss meiner Meinung nach noch viel mehr kommen als letztes Jahr. Er hat sich letztes Jahr verzettelt. In diesem Jahr bekommt er gleiches Material, er bekommt eine GP20, das heißt, jetzt kann er auch nicht sagen, okay, das ist wegen dem alten Bike, jetzt muss er performen. Wer auch angemeldet hat, gerne mit Ducati zu fahren, ist Johann Zaker, der probiert es. Nochmal hat sich natürlich im vergangenen Jahr durch sein Verhalten als Factory Rider eigentlich als unverpflichtbar für ein Werksteam herausgestellt. Also der ist eher der Einzelkämpfer in kleinen Teams, die auf ihn fokussiert sind oder wo er sich sehr wohl fühlt. So tatsächlich, das Zeug zum Factory Rider, jetzt nicht vom fahrerischen oder so, aber von dieser ganzen Entwicklungsteam, vom Umgang mit den Ingenieuren. Da sind ja hundertköpfige Entwicklungsteams dahinter, die du hinter dir haben musst. Sehe ich schwierig oder sehe ich das falsch? Sehe ich das zu negativ? Nein, ich glaube schon, dass kein großer Motorradhersteller der Welt sein Motorrad gerne im Live-TV mit Fäkalien vergleichen lässt von seinem teuersten Angestellten, so wie er es bei KTM gemacht hat. Also wir wollen die Worte jetzt hier nicht wiedergeben, um nicht den YouTube-Algorithmus da zu verärgern. Aber die Aussagen, glaube ich, hat jeder mitbekommen. Ja, es ist so. Also wie du gesagt hast, auch der Umgang mit den Crews hat anscheinend nicht so gepasst. Das hat mir KTM-Motorsportchef Piet Beierer damals gesagt in einem Interview, vor allem im direkten Vergleich mit Paul Espargero, der wirklich ein sehr herzlicher, sehr offener Mensch ist, der einen fast familiären Kontakt zu seiner Crew pflegt eigentlich. Und Schoan Sarko hat sich da relativ bald sehr abgeschottet vom gesamten Team eigentlich, was gar nicht gut angekann bei der Orangen-Renn-Familie quasi. Und von dem her sehe ich es gleich wie du. Also, dass Schoan Sarko ein hervorragender Motorrad-TV-Fahrer ist, darüber braucht man überhaupt nicht debattieren. Aber es ist eben die eine Frage, funktioniert er charakterlich in dem Werksteam? Und die zweite große Frage, funktioniert er überhaupt auf einer Ducati? Er hat jetzt, glaube ich, sechs Testtage gehabt, die drei Tage in Sepang, die drei Tage in Katar, weil die November-Tests hat er noch verpasst, weil da gab es ja noch das ganze Thema zu klären mit Karar Abraham, der irgendwie noch nicht so ganz informiert wurde darüber, dass er eigentlich 2020 nicht mit dem Motorchipi fährt. Und er hat mir gedacht, nach sechs Testtagen, was will man da jetzt groß sagen? Außerdem fährt er ja bei Arvindio das Vorjahres-Bike, das heißt, er hat ja auch keine gleichen Waffen. Genau, also ist jetzt sehr schwer zu sagen, aber ich kann es mir aktuell nicht vorstellen. Also für mich wäre Pekka-Bahn, ja, ja, wenn er jetzt nicht den absoluten Durchbruch schafft in den ersten Rennen, wäre er eine eigenartige Wahl und Schoans Acker wäre eine eigenartige Wahl. Also wenn man wirklich einen richtigen, einen richtigen Top-Pilot draufsetzen will, dann kann es eigentlich nur Jorge Lorenzo sein. Jorge Lorenzos Vater hat gesagt, ja, es gibt Gespräche mit Ducati. Ich glaube auch, dass Jorge Lorenzo schon nochmal geil ist auf die MotoGP, weil ich glaube, der Abgang bei Honda, das hat ihm schon geschmerzt, weil man weiß, wie ehrgeizig, wie stolz dieser Mann auch ist, so unterzugehen, vor allem auch im direkten Duell mit Marc Marquez, so will der nicht abtreten. Also ich könnte es mir schon vorstellen, dass er nochmal Lust hat. Ich würde es genauso geil finden wie du. Ich glaube, alle MotoGP-Fans würden es super finden, wenn Jorge Lorenzo da wieder mitmischt und vielleicht sogar Marc Marquez für den Titel fordern kann. Wir werden in den nächsten, in den nächsten Wochen wird es dann mal demnächst eine Entscheidung geben. Und dann wissen wir mehr. Du hast gerade gesprochen, so will dieser Mann nicht abtreten. Das passt ja eigentlich auf einen anderen Fahrer, der sich über seine Zukunft noch nicht entschieden hat. Valentino Rossi, wir haben es vorhin angesprochen, er ist raus im Yamaha-Werksteam, aber er ist noch keineswegs raus aus der MotoGP. Und ich hätte ihm schon zugetraut, so in dieser ursprünglichen Saison-Konstellation, dass er sich bis Mugello entscheidet, dort vielleicht am Donnerstag sagt, okay, das wird meine letzte MotoGP-Saison sein. Mugello am Sonntag aus allen Nähten platzt und dort vielleicht 130.000 Mann reinquetschen. Misano dann über drei Tage hinweg völlig ausverkauft ist und völlig in Gelb gehüllt ist. Jetzt fährt er in Mugello gar nicht, in Misano vermutlich vor leeren Rängen im September und auch in Valencia in diesem Oval, wenn sich bis dahin nicht sonderlich viel ändert. Valencia ist zwar eine super Strecke, das ist wirklich ein Stadion rundherum, spitze, wenn das ausverkauft ist, völlig trostlos, wenn das leer ist und so kann ein Valentino Rossi eigentlich nicht abtreten. Ja, also ich bin mir da, also für mich war jetzt die ganze Valentino Rossi Situation in den letzten Monaten immer so eine Achterbahnfahrt irgendwie. Da gab es eben diese Momente, wo man gedacht hat, ja, wie du es gesagt hast, perfekter Abschluss quasi. Da kann man schon den Hut draufhauen und Danke, Ciao sagen. Dann war die Corona-Zeit hat eben begonnen. Man hat geahnt, okay, es wird eine stark verkürzte Saison sein. Es wird wahrscheinlich verleeren Rängen gefahren werden. Da hat man gesagt, okay, so kann er eigentlich nicht abtreten. Dann kam aber Valentino Rossi selbst wieder gesagt, ja, eigentlich so den Lockdown, den hat er eigentlich ganz geil gefunden. Also es war total gemütlich irgendwie. Zum ersten Mal seit 1996 muss er nicht ständig am Flughafen, im Hotel, an der Rennstrecke sein. Sondern er kann einfach mal eine Weile zu Hause sein in seiner Luxusvilla mit seiner Modelfreundin und ein bisschen im Simulator spielen oder mit seinen Hunden spazieren gehen. Ist ja jetzt auch nicht so verkehrt. Würde ich nehmen, ja. Würde man so nehmen. Und man hatte schon das Gefühl, dass er die Zeit sehr genossen hat eben. Und jetzt ist für mich die Frage eben, hat er wirklich noch diesen Biss, diese Motivation, um nochmal ein Jahr zu fahren? Weil er hat selbst gesagt, nochmal ein Jahr zu fahren, nur um noch ein Jahr zu fahren, das bringt nichts. Da hat er nichts davon. Und da hat das Bedrohnes Yamaha-Team, das eigentlich seine einzige Option ist, um weiterzufahren. Da haben die auch nichts davon. Das hat auch der Bedrohnes Yamaha-Team, ganz deutlich gesagt. Also er muss schon nochmal richtig die Motivation zu finden, um zu sagen, hey, ich will jetzt nochmal echt was erreichen in der Saison, sodass das Ganze auch nicht Sinn macht. Und da bin ich mir aktuell nicht so sicher. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum sich das Ganze so lang hinzieht. Natürlich gibt es ein paar Themen zu klären, wie das mit der Crew funktioniert, wie gewisse Sponsoren technische Dinge funktionieren. Aber ich glaube, der Hauptpunkt ist einfach, dass Valentino Rossi selbst aktuell nicht so genau weiß, ob er es noch will oder nicht. Und wenn man es nicht genau weiß, ist es irgendwo schon, dann weiß man es ja eigentlich. Weil wenn man richtig top motiviert ist, dann stellt sich die Frage ja gar nicht. Also ich tue mir aktuell wirklich schwer. Der Deal wurde schon vor, wie lange ist es jetzt aus? Ich glaube, zwei Monate ungefähr von den italienischen Kollegen von GP1, die eigentlich sehr gut informiert sind, gerade immer, was alles mit italienischen Fahrern, italienischen Herstern zu tun hat, wurde damals schon eigentlich als fix vermeldet. Seitdem ist wieder komplett die Ruhe eingekehrt. Also ich sehe die Chancen aktuell, da glaube ich echt bei 50-50. Natürlich würde man es alle wünschen, dass er weitermacht, aber meinen ganzen Besitz würde ich nicht darauf verwenden. Ja, schwieriges Thema. Man muss jetzt eine Konstellation finden. Ein Valentiner Rossi fährt jetzt natürlich nicht für lau. Yamaha hat Petronas eigentlich jetzt aktuell eher als Kunden gesehen, also die Zahlen für diese Motorräder, da gibt es jetzt nicht irgendwie Cross-Sponderings, es war ja auch im vergangenen Jahr, kam er dann aus der Aussendung, ja, 2020 gibt es zwei A-Spec Yamahas, aber da hat Petronas ganz klar in die Aussendung reingeschrieben, ja, weil nach langen Verhandlungen, wenn wir das jetzt so zahlen, das heißt, Yamaha verlangt auch mehr für das gute Motorrad. Ich weiß nicht, wie hoch Yamaha den Werbewert von Rossi einschätzt, ihn da irgendwie auf ihre Kosten dann zu parken, mal schauen, also ich glaube, diese Entscheidung wird nach zwei, drei, vier Rennen wahrscheinlich final fallen, ich glaube nicht, dass sich da jetzt Incheres selbst schon etwas tut, Rossi wird sich wahrscheinlich das ansehen, okay, wie bin ich noch drauf und dann wird wahrscheinlich irgendwann diese Entscheidung fallen, nehme ich an. Erwartung, sonst noch große Coups am Transfermarkt, ein gewisser KTM-Pilot, Paulus Barguerot, der wird wohl 2021 nicht mehr in Orange fahren, also das war für mich Also das ist fix, das ist nicht fix, weil KTM die vier Piloten ja bekannt gegeben hat Oder in Orange wird er vielleicht schon fahren, aber nicht in KTM Orange, sondern in Repsol Orange. Genau. Der Deal scheint mehr oder weniger fix zu sein, eben weil du gesagt hast, KTM hat vier Piloten bekannt gegeben für 2021, da ist Paulus Barguerot keine davon. Für mich ein Deal gewesen, der absolut aus dem Nichts gekommen ist, also hätte ich null damit gerechnet, dass Paulus Barguerot nochmal von KTM Abschied nimmt, aber natürlich wenn das Angebot von Retro Honda kommt, kam dann als MotoGP-Pilot kaum Nein sagen. Ja sicher, ich meine, ich meine, es ist ja seit Beginn dieser, also er ist jetzt der Stammfahrer, seit KTM eingestiegen ist in die MotoGP, war eigentlich über die komplette Distanz immer der schnellste KTM-Pilot, nur er ist jetzt glaube ich auch schon 28 oder 29, das heißt, er muss schon auch langsam sehen, dass er irgendwie zu Ergebnissen kommt. Also er war bei Tech 3, früher schon mal ganz gut, so vierte, fünfte Plätze, hat dann diesen einen Podestplatz mit KTM überraschend geholt, aber so wirklich, dass der permanent vorne um die Podestplätze mitkämpft, das ist eigentlich nicht der Fall und ich glaube, das will er jetzt einfach nachholen und ich glaube, er traut sich das auch zu, dass er diesen Sattel, auf dem Pedroza zuerst eigentlich recht unrühmlich gegangen ist, dann Lorenzo völlig unrühmlich gegangen ist, auf dem jetzt vielleicht Alex Marquez ein bisschen verfeuert wird in dieser Saison, dass er das nächstes Jahr übernimmt und dann tatsächlich gerade seine Podestplätze reihenweise und vor allem auch wahrscheinlich den gewollten ersten MotoGP-Sieg irgendwann mal einfährt, weil was wäre die Alternative, bei KTM könnte er wahrscheinlich fahren, bis er 35, 36 irgendwann ist, nur ist unglaublich dieses Projekt so weiterentwickelt, dass die irgendwann mal permanenter Podestanwärter werden, denn ich glaube, die haben sich schon leichter vorgestellt, als es dann war, weil obwohl jetzt drei Jahre Entwicklung schon drinstecken, bei den Testfahrten waren sie schon auch noch wieder weg von den Top 4, also diese Lücke ist nicht ganz geschlossen und dieser Espargero-Wechsel hat natürlich auch andere Wechsel, wie der dann der Nachsicht ziehen wird, Alex Marquez wird jetzt nicht wie eine glühende Kartoffel fallen gelassen, der wird wahrscheinlich zu LCR Honda gehen, Nakagami wird wahrscheinlich dort bleiben, da gibt es einfach sehr viel Rückendeckung aus Japan, das heißt auch Ankel Crutchlow, ein dreifacher Grand Prix-Sieger, sucht aktuell, ich habe jetzt ein Interview in den britischen Medien gelesen, der denkt überhaupt nicht mehr ans Aufhören, das war ja nach der Fußverletzung anders, da hat er wirklich damit gehadert, ob es jetzt nicht dann vielleicht genug ist, ja, da sind aber nicht so viele Optionen für den lieben Crutchlow, da Aprilia ist was, aber Aprilia diese Paarung aus einem großen Crutchlow, der gerne Sprüche klopft und einer Aprilia, die einfach nicht und nicht funktionieren will, außer da ist vielleicht der große Turnaround in diesem Jahr da, weiß ich nicht, auch schwierig alles. Fakt ist natürlich, Cal Crutchlow ist der letzte verbliebene Brite in der MotoGP, auch in den unteren Klassen bietet sich jetzt noch keiner an, Fakt ist, die Torna will einen Briten in der MotoGP haben, das ist ein wichtiger Markt, deshalb gibt es da auch Unterstützung von der Torna, hilft quasi Cal Crutchlow einen Platz zu finden, in einem konkurrenzfähigen Team, und Aprilia, wie es aussieht, man hat deutliche Fortschritte gemacht in den Wintertests, also das wäre vielleicht, oder ist ziemlich sicher die einzige Option, da müssen wir auch noch abwarten, was in der ganzen Doping-Haus am Montreal ohne rauskommt, ob der nächstes Jahr überhaupt fahren darf, würde ich jetzt auch nicht drauf wetten, also das wäre vielleicht eine Möglichkeit, Alessio Spargaro und Cal Crutchlow, die Rennrad-Superstars der MotoGP, dann in einem Team bei Aprilia. Ich würde sagen, im Transfermarkt haben wir die wichtigen Deals abgehakt, wir bleiben in der Fahrerlandschaft, wechseln aber in die kleineren Klassen, weil in der MotoGP haben wir leider keine deutsche Schweiz oder Österreicher mit dabei, in den kleineren Klassen sehr wohl, fangen wir vielleicht in der Moto2 an, beginnen wir mit dem Deutschen, mit dem Deutschen leider, es ist nur noch einer, in der gesamten Motorrad-WM 2020, Marcel Schröter, was trauen wir ihm zu 2020? Ja, also er hat letztes Jahr bewiesen, dass er solide, gut dabei sein kann und über das Pätschäden kämpfen kann und pro Positions kämpfen kann, ich würde es nicht sehen, wieso er dieses Niveau verlieren sollte, ich bin aber auch skeptisch, dass er sich tatsächlich so steigert, dass er wiegelt und den Titel mitfahren kann, denn er hat ein ähnliches Problem wie sein Teamkollege Tom Lütte, die sind schon relativ lange dabei, sind auch immer wieder im Podestkampf dabei, kämpfen, Siege, aber es kommt dann doch immer wieder dieser eine junge Spanier, Italiener, das war schon ein Finales, das war schon ein Rins, das war schon ein Polis Bargaro gegen Lütte, früher mal, der ihn dann doch den Titel wieder wegschnappt und ich wüsste jetzt nicht, woher noch diese letzte Steigerung von Schröter kommen sollte, dass er tatsächlich um den Titel mitfährt, also ich sehe in ihm auch nicht den kommenden MotoGP, das kommende MotoGP-Aushängeschild Deutschlands, ich denke, er ist in der Moto2 ganz gut aufgehalten, wird dort aufgehoben, so heißt es richtig, und hat dort noch viele gute Jahre vor sich, auch in dem Tom Lütte, dessen später MotoGP-Wechsel war ja letzten Endes, hat sich ja auch als ein Fehler eigentlich herausgestellt, er hat auch selber gesagt, das war eigentlich nichts, das hat sich eigentlich überhaupt nicht ausgezahlt, ja, und so wird es halt wahrscheinlich wie im Vorjahr laufen, sowohl bei Schröter als auch bei Lütte, und dann gibt es noch den Schweizer Jesko Raffin, der auch immer wieder ganz gute Tendenzen Richtung Top 5 zumindest hatte, im letzten Jahr, aber auch da sehe ich jetzt in ihm keinen, der um den Titel, glaube ich, mitkämpfen kann, und dann war es das ja, in der mittleren Klasse war es das schon, auch schon wieder in der mittleren Klasse, mehr gibt es dort nicht, aber in der kleinen Klasse haben wir noch zwei deutschsprachige Fahrer, einen Schweizer und einen Österreicher mit dabei, er ist der Österreicher seit langer Zeit, endlich wieder mal einer am Start aus unserer Heimat, Max Kofler, du hattest ja ein Interview mit ihm, ich hatte ein Interview gehabt mit ihm, im Februar, glaube ich, also kurz vor dem vermeintlichen Saisonbeginn haben wir schon gesagt, Max, dass er sich sehr freut, für die war es ja sogar, die Saisonbeginn für die war es, die Saisonbeginn hat sogar, Max kommt ja auch schon mit ein bisschen WM-Erfahrung in diese Saison, ist ja schon zweimal seinen Heim Grand Prix in Spielberg gefahren mit einer Wildcard und auch in Großbritannien, in Silverstone im letzten Jahr mit einer Wildcard am Start gewesen, ja, Max, was tun wir mit ihm zu, erstes Jahr? Boah, es ist schwierig zu sagen, dass ein generelles Problem in der kleinsten Klasse für Fahrer aus unseren Gefilden ist, ist, dass die einfach mit zu viel Hirn fahren, muss man ganz ehrlich so sagen, denn da sind einfach den Ausdruck, jetzt bitte entschuldigen, wahnsinnige, 16-, 17-jährige Spanier, Italiener, für die es um alles geht, die gewohnt sind, mit den Ellbogen und Knien und was weiß ich, was alles, zu kämpfen und da werden leider Gottes unsere Leute meistens aufgefressen und Kufler ist ja auch in Spanien gefahren, war da jetzt auch wie ganz vorne dabei, deswegen sehe ich jetzt auch nicht, wieso er tatsächlich plötzlich vorne mitmischen sollte, Jason Dupasquet gilt wahrscheinlich, der Schweizer, es gilt wahrscheinlich ähnliches, die kleine Klasse wird auch weiterhin den Spaniern und Italienern gehören, denn auf das Reglement hat sich ja nicht so geändert, dass da jetzt irgendwie möglich wäre, Solo wegzuziehen, wir werden weiterrennen sehen, wo 18, 17, 16 Leute bis eine Runde vor Schluss innerhalb von zwei Sekunden sind und dann der gewinnt, der irgendwie jetzt entweder manchmal das meiste Glück hat oder einfach die dicksten Eier hat und dann reinhält. Ganz schwierige Situation auch, ich habe damals mit Max Kofler in dem Interview darüber gesprochen, mit welchen Erwartungen oder mit welchem Anspruch er quasi in diese erste Voller-WM-Saison geht und er hat gesagt, nein, möchte mal die ersten paar Rennen quasi ein bisschen Erfahrung sammeln, erstmal ruhig angehen und dann eben schauen, dass er abliefert, weil man muss ja dann auch nach einigen Rennen eben gleich mal abliefern, um den Platz zu sichern für nächstes Jahr. So, jetzt haben wir eben schon Hochsommer, es ist Mitte Juli, die Saison geht erst los, die Zeit wird es jetzt in dem Fall nicht mehr geben, um mal ein bisschen Erfahrung zu sammeln und ein bisschen reinkommen zu können, er wird vom ersten Rennen wahrscheinlich voll riskieren müssen, um diesen Platz auch zu halten im Team, also so gesehen auch für ihn und für alle anderen Rookies eine ganz schwierige Situation, weil die paar Rennen Leerzeit, die eh schon kurz sind, die gibt es in der Saison gar nicht, also von dem her sicher keine leichten Voraussetzungen für die Rookies, aber wir drücken unseren Jungs aus Deutschland, Österreich, der Schweiz natürlich einen Daumen und wünschen ihnen das Beste und jetzt haben wir wir zwei ein bisschen darüber geredet, aber jetzt wollen wir mal mit einem Mann sprechen, der viel Ahnung hat von Motorradfahren, viel Ahnung hat auch von jungen Motorradfahrern, die am Weg nach oben sind, der da zum Beispiel schon mit den Önchi-Brüdern gearbeitet hat und zwar ist unser Riding-Coach Horst Gref. Horst, wie siehst denn du die Deutschen, die Schweizer und die Österreicher in dieser Motor 2 und Motor 3 Saison 2020? Hallo lieber Michael, hallo lieber Markus, hallo liebe motorsportmagazin.com Zuschauer, ja, die deutschsprachigen Motor GP beziehungsweise Motor 3, Motor 2 Fahrer, was können wir denn von Ihnen erwarten in dieser kurzen Saison 2020? Ich habe mir ein paar Notizen gemacht zu den Jungs, die in diesem Jahr als deutschsprachige antreten werden, das sind der Motor 3, der Maximilian Kofler aus Österreich, der ist 19 Jahre alt, der hat schon einiges an internationaler Erfahrung, also ich denke, das wird jetzt nicht viel, zumindest im Ablauf her, nicht viel Neues für ihn sein, der fährt im Chip-Moto-Team aus Frankreich, ich hoffe, dass er da sprachlich klarkommt mit den Jungs, das wird für ihn sicher ein lehrreiches Jahr werden, er wird aber sicher auch von Darren Binder, seinem Teamkollegen, lernen können, speziell in Sachen Aggressivität wird er ihm sicher das ein oder andere beibringen können. Dann haben wir auch als Neuzugang den Jason Dupasquier aus der Schweiz, vielversprechender junger Mann, ist 18 Jahre alt, ist im Red Bull Rookies Cup gefahren letztes Jahr, übrigens zusammen mit seinem Teamkollegen Barry Balthus, der auch im Red Bull Rookies Cup groß geworden ist, also die sind beide jetzt in die Motor 3 WM aufgestiegen, fahren bei Brüssel GP und beide haben sicher mit Florian Brüssel einen sehr, sehr guten Teamchef gefunden, für den Jason Dupasquier ist das natürlich prima, weil der auch deutschsprachig ist, also ich denke, das sollte ganz gut funktionieren. Ich bin gespannt, was die beiden Jungs machen, so arg viel kann man über sie noch nicht sagen, weil sie eben auf der Motor 3 WM-Bühne noch nicht aufgetreten sind, beziehungsweise noch nicht in Erscheinung getreten sind, der Maxi Kofler hatte zwar ein paar Gastauftritte, aber eine ganze Saison hat er noch nicht durchgefahren. Ich bin sehr gespannt, mein Tipp an die beiden ist Ellbogen ausfahren und nicht zucken. Okay, Moto 2, da haben wir drei deutschsprachige Piloten, der Jesko Raffin, der ist zurückgekommen von der Moto E, da war er Fahrer bei Intec GP und ist letztes Jahr auch sporadische Moto 2 Einsätze gefahren mit einer MTS. In der Moto E galt er so ein kleines bisschen als Favorit, ist seiner Favoritenrolle aber nicht ganz gerecht geworden. Jesko hat eine sehr, sehr gute Fahrzeugbeherrschung, also das ist ihm eigentlich immer attestiert worden, auch im R6 Cup, als er wo angefangen hat, da galt er immer als so ein unglaubliches Naturtalent, also wirklich tolle Fahrzeugbeherrschung. Leider ist er manchmal etwas unkonzentriert. Ich hoffe, dass er sein Mindset zusammenkriegt, weil wenn er das tut, dann glaube ich, kann er ganz starke Ergebnisse zeigen. Ja, dann kommt Marcel Schrötter im Team Intec GP. Fahrerisch, glaube ich, sicher einer der besten Jungs in der Moto 2. Also wirklich toller Fahrstil, also der kann das wirklich sehr gut. Leider zweifelt er hin und wieder an sich. Ich glaube, wenn er sein Selbstvertrauen zurückfindet und dem Motorrad sagt, wo es langgehen soll und nicht andersrum. Also wenn er dem Motorrad sagt, wo es langgehen soll, dann wird er richtig gut. Dann schafft er das auch über die Saison hinweg Top-Resultate zu zeigen und endlich mal seinen Durchbruch zu zeigen. Dann haben wir noch Tom Lütti. Ich denke, der ist wirklich jedermann bekannt. 2005 Weltmeister in der 125er-Klasse. Einer der komplettesten Moto2-Fahrer mit MotoGP-Erfahrung. Also dem macht so leicht keiner was vor. Ich bin sicher, dass das einer der Top-Favoriten sein wird für den Titel 2020, sicher auch 2021, wenn er sich nicht verletzt. Ich würde mir für ihn wünschen, dass alles zusammenkommt, weil er hat immer wieder mal in den letzten Jahren das eine oder andere gehabt, wo er gesagt hat, Mensch, da ging was nicht, da ging was nicht, dann hat die Technik mal nicht funktioniert. Wenn er alles mal zusammenbringt, das hat man im letzten Jahr auch gesehen, dann wird der WM-Titel nicht ohne ihn ausgetragen werden, bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja, das ist meine Einschätzung zu den deutschsprachigen Fahrern. Ich freue mich, dass es endlich wieder losgeht und wünsche euch noch viel Spaß. Danke. Ja, danke Horst. Dann blicken wir vielleicht noch mal ein bisschen weiter als 2020 hinaus. Die Saison ist eh nachts noch. Ich bin schon wieder aus. Sehr schnell vorbei. Urlaubsbran schon abgeschlossen für dieses Jahr. Definitiv, man kann eh nicht nicht vorhanden. Ja, blicken wir ein bisschen weiter hinaus. Irgendwann wird ja hoffentlich diese MotoGP in der Corona-Blase vorbei sein. Wir werden wieder zu alten Standards zurückkehren, aber das Ganze wird Auswirkungen haben, die Corona-Krise, wird langfristige Auswirkungen haben auf die MotoGP in vielen unterschiedlichen Bereichen. Es wird vielleicht eine Wirtschaftskrise oder zumindest eine Rezension drohen. Das ist selten gut für den Motorsport, das wissen wir aus der Vergangenheit, vor allem von der letzten Finanzkrise her. Es ist eine schwierige Situation für viele Rennstrecken, die vor leeren Rängen fahren werden müssen. wo dort gefahren werden muss. Was erwarten wir uns für eine Zukunft für die MotoGP, für den Motorsport über 2020 hinaus? Naja, die guten News vorweg, also die MotoGP wird so sicher weiter existieren. Die Dorne ist mittlerweile zum Milliardenunternehmen geworden, die ihre Finger überall im Spiel hat, weltweit, wo Motorrad gefahren wird. Ich sage immer so, die Dorne und die griffen nach der Motorrad-Weltherrschaft. Das haben sie eigentlich fast schon und die MotoGP ist das wichtigste Produkt, die wird auf jeden Fall überleben und mit ihr auch mit die Moto2 und Moto3, die so quasi dieses Talente-Pool immer ist, der immer irgendwie dabei sein wird. Ich gehe aber schon davon aus, dass sich das Gesicht im PayDoc verändern wird. Es werden sicher nicht alle Teams überleben können aufgrund der wirtschaftlichen Situation. Ich will es nicht ausschließen, dass sich mittelfristig auch einzelne Hersteller zurückziehen. Ich glaube nicht, dass es ein Exodus wird wie nach dieser Finanzkrise. Aber ich glaube sehr wohl, dass das so in zwei, drei Jahren das, diese Nachwirkung in der Corona-Krise auch als Vorwand gebracht werden könnten, damit erfolglose Hersteller dann sagen, oh, leider, es geht sich wirtschaftlich nicht mehr aus und das in Wahrheit heißt, wir haben sportlich ja eh nichts erreicht, also gehen wir jetzt. Und wie gesagt, es werden sich sicher die Teams verändern, denn da standen ja davor schon einige auf tönenden Füßen, muss man so sagen, und wenn jetzt bei den Sponsoren das Geld plötzlich nicht mehr so locker sitzt oder wenn auch die, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, ein Großteil der jungen Fahrer bringt ja auch Geld mit. Wenn auch da das Geld nicht mehr so locker sitzt, gerade Spanien und Italien wird es ja wirtschaftlich wahrscheinlich doch um einiges schlimmer treffen, weil diese einfach viel abhängiger vom Tourismus sind und der wird in diese Saison deutlich einbrechen. Mal schauen, wie es nächste Saison ist. Es kann sein, dass sich das alles erst schleppend erholt und damit trifft es natürlich genau diese beiden MotoGP-Kernländer finanziell. Dort sind eben der Großteil der Moto2-Moto3-Teams angesiedelt. Genau so ist es. Das ist Fakt und natürlich klar ist auch das Geschäftsmodell dieser kleinen Privatteams. Kohle gibt es dann, wenn Rennen gefahren werden. Wenn der Sponsor am Fernseher zu sehen ist, auf der Webseite oder hier im Printmagazin, dann gibt es Kohle und sonst gibt es gar nichts. Da ist kein großer Hersteller dahinter wie KTM, Honda, Yamaha oder so was, der da quasi Kohle zuschießen kann und ein oder andere Löcher stopfen kann. Da ist nichts da außer dem Rennteam. Von dem her ganz schwierige Situation jetzt natürlich. Die mussten auch jetzt schwere Monate übertauchen. Jetzt geht es Gott sei Dank endlich wieder los. Die Dorn hat ja auch geholfen. Nur das ist jetzt durch finanzielle Zuwendung. Nur das ist jetzt kein Dauerzustand. Die werden jetzt nicht drei Jahre lang ihre Teams am Leben erhalten. Vor allem dann nicht. Also zum Beispiel in der Moto2 hat es ja so viele Bewerbe angeblich letztes Jahr gegeben, dass sie dieses Feld zweimal füllen hätten können. Wenn da jetzt irgendein Team daherkommt bei der Anmeldung, die dann auch im September, Oktober wieder starten wird und keine außerregende Finanzierung vorlegen kann und dann kommt vielleicht ein Team aus Südostasien, wo Geld da ist, weil da jetzt ein entsprechender Milliardär dahinter steht oder so, dann wird sehr wohl natürlich das ausgetauscht werden. Das wird auch spanische Teams treffen. Also da werden auch die Verschwörungstheorien, dass die Dorn in eine spanische Mafia ist, wahrscheinlich wieder über den Haufen geworfen werden. Denn es wird auch spanische Teams dann definitiv erwischen, das glaube ich schon. Und das sind halt die Außergänge. Es wird halt alles dadurch ein bisschen kleiner werden. Es werden auch exorbitante Gehälter der Vergangenheit angehören. Marc Marquez hat die Glück, der hat noch im Februar einen richtig fetten Deal abgeschlossen. Man munkelt für vier Jahre im Bereich von 100 Millionen Euro. Also um Mark müssen wir uns, glaube ich, in nächster Zeit keine finanziellen Sorgen machen. Eher nicht. Gratulation an dieser Stelle. Und diese ganze Wirtschaftlichkeit geht ja dann auch bis zu den Streckenbetreibern runter. Es wird Katar nicht aus dem Kalender fallen. Und in Katar ist das relativ egal. Zuschauerinnahmen hatten sie ohnehin noch nie. Das ist sowieso ein Hobby des Nationalen Motorsportverbands da unten. Es wird ein Assen weitergehen, weil da die Bevölkerung dahinter steckt. Es wird ein Seepang weitergehen, weil da die Regierung und Petronas dahinterstehen. Aber es gibt natürlich schon einige Wackelkandidaten. Ein Brüm zum Beispiel hat schon mehrfach Probleme gehabt. Das ist eh seit 15 Jahren jährlich Wackelkandidat. Man muss auch ganz ehrlich sagen, mal schauen, wie sich der Sachsenring entwickelt. Denn in der Corona-Krise gab es ja jetzt auch eine aufkeimende Motorradfeindlichkeit. In Deutschland, muss man ja ganz klar sagen, mit diesen ganzen Fahrverboten. Und auch der Sachsenring war in der Vergangenheit schon mehr Wochen auf der Kippe. Was, wenn der ADAC jetzt Kosten einsparen muss irgendwo, weil eben auch die Mitglieder wegbrechen oder sonst irgendwas passiert, dann muss man natürlich auch schon, okay, setzen wir nicht vielleicht doch als erstes beim Motorsport an oder so. Oder Jerez, Andalusien, noch nie wirtschaftlich sonderlich stark gewesen, schon eigentlich jetzt in Frage, ob man sich nicht künftig abwechselt mit Intervenz. Und diese Verwerfungen werden bis hinein in den Kalender gehen. Esbeleta hat jetzt ja auch schon gesagt, die ASV, wenn er irgendwie nächstes Jahr 20 Rennen zusammenbringt. Vor vier Monaten oder fünf Monaten hat es noch so ausgesehen, als könnte er wahrscheinlich 26 Kapriere veranstalten. Auch da Projekte in Brasilien, mal schauen, wie es da weitergeht, die hat es jetzt auch ordentlich getroffen. Also, die Motorsport wird weiter existieren, aber das Gesicht, glaube ich, wird sich in den kommenden drei, vier Jahren, wenn diese langfristigen Folgen sichtbar werden, doch verändern. und die Frage, die Frage, die ich mir auch stelle, ist, ob es vielleicht zumindest im nächsten Jahr noch wieder mehr diese Rückkehr zum Kernkontinent Europa gibt. Man hat sie jetzt in der Krise gesehen, wenn es hart auf hart kommt, funktioniert sie immer noch am besten, ist es hier immer noch am leichtesten, Rennen auszutragen, weil die meisten Fahrer stationiert sind, weil die meisten Teams stationiert sind, weil zumindest die Hälfte der Hersteller in Europa stationiert ist. weil auch, wenn es irgendwo die ersten Reisebeschränkungen wieder aufgehoben wird, dann man sich in der EU meistens schneller einigt, als wenn sich einzelne Staaten mit einem US-Präsidenten einigen müssen oder mit südostasiatischen Ländern. Da ist halt jetzt auch die Frage, normalerweise so im September ungefähr kriegen wir den ersten Kalender für das Folgejahr, wird in dem Fall jetzt nicht passieren, weil die Lage ist immer noch sehr volatil, möchte ich mal sagen, also mal sieht es da gut aus, mal sieht es da schlecht aus, in ein paar Wochen kann sich das Ganze wieder drehen, also ich denke, auf einen Kalender für 2021 müssen wir noch eine Weile warten und ich denke schon, dass man da wahrscheinlich lieber mal auf Nummer sicher geht, als einen Kalender rauszuhauen und dann nach der Reihe wieder Rennen zu canceln, wie es in diesem Jahr war, was ja ein fürchterliches Prozedere für unsere Journalisten und auch für die Fans zu Hause war, wenn man alle paar Tage wieder eine Absage reinkriegt, wo es ja schon genug Leute gab, die davon überzeugt waren, dass es gar keine Saison geben wird. Darum könnte ich mir schon vorstellen, dass man vielleicht für 2021 mal einen kleineren Kalender angekündigt bekommen, einen sehr Europa-lastigen Kalender, vielleicht mit bisschen Asien drinnen, Australien wissen wir auch, da schaut es aktuell auch wieder ganz schlecht aus, in Melbourne geht man wieder in den Lockdown. Ja, vor allem die Australien sind ja so das erste Volk, dass ihre Grenzen zumachen, wenn irgendwas irgendwo passiert. Also der Kalender könnte da auch mal ganz anders aussehen, was natürlich auch schlecht ist für gewisse Strecken, die aktuell gebaut werden und in den Kalender drängen. Es wären nicht die ersten Rennstrecken, die gebaut werden oder die geplant werden. Paladon Ring, Circuit of Wales, Halle im Bang. Wir erinnern uns an einige. Also auch spannend, was mit denen dann passieren wird. Also es bleibt spannend in der MotoGP, nicht nur auf der Rennstrecke, nicht nur am Transfermarkt, sondern auch, was die weitere Entwicklung der Rennserie im wirtschaftlichen und im globalen Bereich betrifft, quasi kann man sagen. Aber wollen wir uns nicht mehr allzu lange mit Corona aufhalten. Die Saison geht los in den nächsten Tagen. Es ist soweit, endlich. Erstmal seit November sehen wir wieder Rennaction in der MotoGP auch nicht in der kleinen Klassen. Der Höller und ich sind heiß wie Frittenfett. Ihr wahrscheinlich auch und wenn ihr bis zum Saisonstart und auch in während der Saison während diesen 18 Wochen, die wir haben mit 13 Rennwochen hinten. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, natürlich gönnt euch unsere App für Android und IOS. Da seid ihr immer live dabei. Die Push-Benachrichtigungen gleich alle einschalten, dann liefern wir euch alle Infos direkt aufs Handy. Da verpasst ihr absolut nichts mehr. Sonst natürlich für die Hintergrund-Stories für die Großen unser Print-Magazin mit ca. 40 Seiten Motorradberichterstattung pro Ausgabe. Wunderschöne Bilder. So haben wir am Start Diktatur des Virus, da sind wir doch wieder bei Corona. Wunderschöne Bilder, muss ich kurz einen Einmuff machen. In der letzten Ausgabe hast du mich drinnen gehabt. Das war die vorige Ausgabe. Ja, das war nicht so schön, ein großes Bild vom Hölle, aber das war ein einmaliger Ausrutscher, soll nicht wieder vorkommen. Also Print-Magazin abonnieren, App runterladen, natürlich auch auf YouTube hier abonnieren, liken und die Glocke aktivieren, da verpasst ihr da absolut nichts mehr. Können wir auch noch etwas auf dem Weg mitgeben, eigentlich nichts, außer eine schöne MotoGP-Saison, eine geile MotoGP-Saison, die wünschen wir uns und ich bin überzeugt, dass wir die auch so erleben werden, oder? Bleibt gesund. Sowieso. Ciao.